Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück! MB3 Release und, man muss es ganz ehrlich sagen, es macht tatsächlich Spaß. Aber, und das ist ein großes Aber, sie haben da so ein, zwei Dinge ins Game gebracht, die man auf Anhieb ehrlich gesagt nicht so ganz versteht. Und eins der größten Themen davon ist das Armory Unlock System oder die Armory Challenges. Und wir haben es gestern im Stream, da lade ich euch jetzt... Armwärm sich auch rein, da lade ich euch herzlich ein. Ab 18.30 Uhr könnt ihr auch vorbeischauen, ihr könnt mit uns zocken, ihr könnt Fragen stellen. Wir gehen auf die Camus aktuell. Der Gamespeed ist generell richtig gut. Wir haben Slide Cancel drin, wir haben viel bessere Bewegungsmöglichkeiten, Sliden ist besser. Es ist so viel besser als MB2, obwohl es ja im Prinzip aus dem selben Game rauskommt. Es ist Wahnsinn, wie groß der Unterschied ist zwischen einem Entwicklerstudio, was zumindest eine Idee hat, was die Community will und Infinity Ward. Dazu aber, und um den Skandal, der sich da aufbraut, jetzt im nächsten Video, heute Armory Unlock Challenge. Viele von euch sind daran gestern verzweifelt und ich werde euch ganz genau erklären und zeigen, wie es funktioniert. Erstmal, das muss man dazu sagen, das Menü von MB3 mit diesem blauen Türkiston angehaucht, der Übersichtlichkeit, die wir hier unten haben, das User Interface ist besser als in MB2. Trotzdem sind wir noch weit davon entfernt, dass es übersichtlich einfach schnell verständlich ist. Nichtsdestotrotz insgesamt eine Verbesserung für mich. Kommen wir zu dem großen Thema, was wir haben. Links oben seht ihr eure täglichen Challenges. Ihr bekommt alle 24 Stunden drei neue tägliche Challenges. In dem Fall, ich habe jetzt neue bekommen, Operatorabschüsse durch, was ist es, Kopfschüsse mit MPs, Operatorabschüsse mit geringer Gesundheit, das heißt, ihr müsst One- oder Two-Hit sein, jemanden töten, dann kriegt ihr es. Operatorabschüsse ohne Schaden zu erleiden, ihr tötet einfach einen, ohne vorher getroffen worden zu sein. Das sind Sachen, die macht ihr mehr oder weniger automatisch. Jede dieser Challenge ist eine Tageschallenge. Wenn ihr diese drei Tageschallenge erledigt habt, bekommt ihr eine Bonus-Herausforderung. Diese Bonus-Herausforderung ist dort unter. Da taucht dann auf 0 von 1. Und dann denken viele nämlich, okay, bei mir ist es verbuggt. 0 von 1 bedeutet ab dem Zeitpunkt, dass ihr zu den Tageschallenges, die ihr erledigt habt, Siege farmen sollt. Wenn ihr einen Sieg holt, wird euch in der Armory Unlock Challenge ein Punkt gutgeschrieben. Ihr seht das da unter, ich habe Freischalten von Langbogen, den könnt ihr auswählen. Ihr drückt einfach auf Dreieck auf der Playstation. Und hier seht ihr in der Waffenkammer, also die Armory Unlock, seht ihr die verschiedensten Sachen, die ihr in anderen CODs einfach mit dem Level freischalten konnte. Das heißt, keine Ahnung, ihr habt bis Level 55 gespielt und dann habt ihr halt jedes Streak, jedes Perk und jede Waffe freigeschaltet. Und wenn ihr dann Aufsätze für eine Waffe freischalten wolltet, müsstet ihr einfach nur die Waffe leveln und fertig. Einfaches System. Dieses Mal auf den ersten Blick etwas komplizierter, aber gar nicht so schwer zu verstehen. Ihr könnt mit der Waffenkammer Dinge freischalten, die ihr ansonsten eben erst später im Level bekommen würdet. Es gibt zum Beispiel, und da seht ihr es bei mir, ich habe hier 4 von 5 Siege bereits für die Langbogen-Sniper. Dieses Sniper kann ich mit normalem Leveln nicht freischalten. Das heißt, wir können gerne hier einmal auf die Waffen gehen. Dann geht ihr hier einmal drauf und sagt, ich möchte dieses Sniper jetzt gerne spielen. Grund dahinter, dieses Sniper ermöglicht euch, einen Schalldämpfer zu spielen, der euch vom Radar weghält, wenn ihr schießt, der keine Nachteile hat. Das erste Mal seit Jahren, dass wir einen Schalldämpfer haben, der keine Nachteile bringt. Und ihr seht es hier, ihr habt keine Chance, diese Langbogen nur mit Leveln freizuspielen. Ihr müsst entweder die Volt Edition kaufen, was ihr nicht tun solltet, oder ihr steht es links oben freischalten, indem die Waffenkammer Freischaltung abschließt. Dafür müsst ihr 5 Punkte sammeln. Diese Punkte sind entweder die Tagesaufgaben, die ihr habt. Wenn ich jetzt noch eine einzige Tagesaufgabe abschließe, ist diese Langbogen freigeschaltet. Wenn ich die anderen 2 Tagesaufgaben freischalte, habe ich 2 weitere Punkte. Danach muss ich nur Siege farmen. Jeder Sieg ist sozusagen ein Token, ein Punkt, eine tägliche Challenge. Das heißt, ihr müsst nicht 3 Tagesaufgaben machen und dann einen Tag warten, bis ihr weitere Punkte freischaltet. Sondern ihr macht eure Tagesaufgaben, das sind Punkte, die ihr bekommt. Und dann macht ihr einfach Siege. Und jeder Sieg ist ein Punkt. Und da könnt ihr dann eben in eurer Waffenkammer euch aussuchen, was das nächste ist, was ihr für euch freischalten wollt. Zum Beispiel, ihr könnt auch eine Warteliste setzen. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt die Blendgranate als nächstes haben wollt, könnt ihr einfach auf Aktivieren drücken. Dann habt ihr eine Warteschlange. Ihr könnt 1, 2, 3 Items draufsetzen. Und sobald ihr eben die nächsten Tageschallenges oder eben Siege habt. Je nachdem, wenn ihr keine Tageschallenge mehr habt, kriegt ihr halt Siege. Könnt ihr mit 3 Siegen dann die Blendgranate freischalten. Das klingt irgendwie ein bisschen kompliziert am Anfang. Aber es ist halt nicht kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat. Und das gleiche geht auch für Waffen, die ihr ansonsten entweder erst bei einem gewissen Level freischaltet oder ohne Level gar nicht freischalten könnt. Das ganze System hat durchaus irgendwo einen Sinn. Ich mag es auch, dass man eben ein bisschen etwas anderes probiert und dass wir an einem neuen Punkt sind. Was ich zum Beispiel jetzt nach der langen Bogen machen werde, ist den Hater freischalten. Totenstille als Perk habe ich mir bereits freigeschaltet durch diese Aufgaben. Ihr könnt hier einfach dann D auswählen, macht 3 Tagesaufgaben oder holt 3 Siege. Irgendwo im Multiplayer, es ist egal und fertig ist. Das Problem bei dem Ganzen ist, einige von euch haben Tagesaufgaben wie zum Beispiel Flashe 3 Gegner und töte sie dann, ohne dass sie die Flashgranaten freigeschaltet haben. Dafür gibt es auch einen Weg, obwohl das eigentlich irgendwie ein bisschen anders sein sollte. Und zwar geht ihr einfach, wenn ihr die, sagen wir mal, ihr habt die Flashgranate nicht freigeschaltet jetzt, nur als Beispiel. Dann ist es relativ einfach, bei den Ausrüstungen auch im Game habt ihr einen kleinen Trick. Und zwar, ihr könnt ja vorgefertigte Klassen benutzen, die das Game euch gibt. Und in den vorgefertigten Klassen habt ihr alle, was ihr braucht. Ihr habt eine Klasse, wo Breacher Drohnen sind, ihr habt eine Klasse, wo Splittergranaten drin sind, ihr habt Klassen, wo gewisse Perks drin sind. Das heißt, ihr könnt dann eben für diese eine Tagesaufgabe, für zwei Flash Kills oder Breacher Drohnen Kills oder oder, eben nur eine vorgefertigte Klasse nehmen. Anders gibt es da aktuell keinen Weg. Wie gesagt, es ist nicht kompliziert. Man muss nur einmal durch das Ganze durchschauen. Es gibt aber eine Art und eine Möglichkeit, wie ihr Dinge, die ihr haben wollt, noch schneller freischalten könnt. Und noch schneller bedeutet, ihr geht hier aus dem Menü einfach raus und geht bei MW3 in Zombies rein. Denn, wenn ihr in MW3 Zombie spielt, das ist ja eine Art Zombie DLC, braucht ihr nichts anderes machen, als rein starten. Ihr sucht euch die Waffe oder die Granate oder das Perk eurer Wahl und müsst es ausgerüstet haben. Das heißt, es darf nicht in eurem Rucksack sein. Ihr wollt die Sidewinder haben als Waffe. Ihr müsst die Sidewinder suchen, die gibt es überall an den Häusern zu kaufen. Zombies droppen die Waffen, die Waffen liegen rum. Das dauert drei, vier Minuten vielleicht. Ihr nehmt die Waffe, ihr nehmt die Granate, ihr nehmt die Ausrüstung und exfiltriert einfach. Das war's. Dann habt ihr es, wie es in DMZ auch war, dieses Ausrüstungsstück, was ihr eben mit rausgenommen habt, fest bei euch im Inventar und könnt es im Multiplayer ganz normal nutzen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt eure täglichen Herausforderungen maximieren, indem ihr die täglichen Herausforderungen in Zombie DMZ macht und dann ganz normal zum Multiplayer geht und auch im Multiplayer die ganz normalen Herausforderungen fertig macht. Das System ist nicht kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat. Ich hoffe, ich habe es euch deutlich rüberbringen können. Ich finde es sogar ganz interessant, um ehrlich zu sein. Hat natürlich ein, zwei Nachteile. Ein großer Nachteil von dem Ganzen ist, wenn ihr alleine spielt durch Skill-Best Matchmaking, durch das Team-Balance-Matchmaking, kann es durchaus schwierig sein, relativ viele Siege in kurzer Zeit zu holen. Was eben bedeutet, wenn ihr die Tagesaufgaben durch habt und nur noch diese Siege braucht sozusagen für weitere Punkte, dann kann es durchaus ein bisschen schwierig werden, um ehrlich zu sein. Es kann durchaus etwas dazu kommen, dass Leute aus Lobbys rausgehen, wenn sie eben nur die Siege fahren wollen, wenn es eine Lobby ist, wo es schon mehr oder weniger entschieden ist. Was bedeutet, dass man dann mehr oder weniger auch Runden hat, die einfach tot sind, weil das eine Team eben gewinnt, die anderen joinen dann nach oder rein und wollen die Zeit nicht verschwenden. Ich bin noch nicht sicher, ob ich dieses System großartig finde oder nicht. Ich finde es aber zumindest interessant und bin auch ein großer Fan davon, dass sie endlich sich getraut haben, neue Wege zu gehen. Allerdings muss man hier noch abwarten, ob das noch ein bisschen fein justiert wird. Denn seien wir ehrlich, ein neues System ist cool und interessant, aber es muss halt auch gut funktionieren. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenig Gameplay heute, aber das wollte ich euch unbedingt gerne näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Wir sehen uns im Stream. Haut rein!